So, jetzt geht es weiter, ähm, jo. Hmm. Hmm. Ähm, wir gehen hier drauf. Ich finde schon krass, dass der hier noch einen Schaden gemacht hat. Das finde ich jetzt wirklich krass. Der hat Verschanzung 4, dann gebe ich mal noch die Munition, dass er das noch ein bisschen kompensiert. Mehr kann ich jetzt hier nicht machen. So, jetzt hier oben. Lass mal gucken, was hier ist. Okay, das heißt, eine Flak wird hier auch irgendwo rumgeiern. Und bringen das hier in Position, du hier hin. Ja, also, unfassbar. Sehr schön. Ähm, Pioniere, ihr kommt hier rein. Ihr kommt hier in den Wald. Hier hin. Vernichtet, wunderbar. So. Luftwaffe. Ja, stimmt, da war ja noch was. Gut, mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen. Ähm, ich würde sagen, ich warte hier ab. Nächste Runde müssen wir hier erstmal alles aufmunitionieren und so. Äh, du hast... Okay. Go. Wunderbar. Gut. Gut. Äh, die scheiß Flak ist da am trennen. Ja, gut. Erstmal Munition. So, du musst erst weg. Jetzt müssen wir gucken, wo war der? Du warst... Äh, du warst hier, ne? Ja. Oh, okay. Gut. Auch in Ordnung. Okay. So, die Flak ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Ich verstehe mir, dann gucken wir, dass wir hier irgendwie eine Front aufbauen für ihn. Jetzt zieh dich nochmal hier und ich weiß ja nicht, ob der noch irgendwas hat. Keine Ahnung. Ja, der wird bestimmt da drauf hämmern und bei seinem, bei meinem Glück weiß ich, dass ich wieder voll eins auf die zwölf kriege. Naja, da kann er nichts passieren, wenn er da hingeht. Dann geht er in die Fäulen. So, dann Luftwaffe. So, also erstmal hier alles aufmunitionieren. Oh ja, da müssen wir richtig... Ach, du Scheiße. Gott, die sind ja alle wirklich leer geschossen. Okay, go. Ja, ich wusste es. Ich hätte ein Kreuz gemacht, wenn er nicht getroffen hätte. Er hat wirklich noch einen Jäger. Das darf nicht wahr sein. Also es ist wie ein einziger Albtraum. Aber er blockiert sich jetzt hier fast schon selber, sehe ich gerade. Naja, okay. Okay, das ist jetzt übel, was hier oben passiert ist, aber... Okay, Artilorie hier noch, ja. Das glaube ich jetzt nicht. Nee, komm mal. Du kommst hier hin. Ich hoffe mal, dass er jetzt auch in der Position drin sitzen bleibt. Der Panzer müsste den da stoppen können ohne Probleme. Okay. Okay. Wer ist denn jetzt hier was? Heischweide, das bist du. Okay. 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 Gut, das kriegen die zwei wohl jetzt auf die Reihe. So, du kommst hier hin. Gehen wir an das? Ja. Ja. Ist ja schön. Ah. Egal. Der nervt dann wenigstens jetzt nicht mehr. So, du hast alle Schuss, was schon mal gut ist. So, du kommst hier hin. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Okay. Okay. Okay, da kommt was raus. Okay, aufpassen. Sechs Schaden. Ey, das darf nicht wahr sein. Vier Schaden. Aber nein. Alter, Falder. Alter, Falder. Oh ne, wir gehen hier hin. Verteidigung, hm, ja, ist ganz nett, aber gibt bessere Helden. Tja, 07, 05, aber, ja, das Ganze vergessen. Guck dir das jetzt an, ey, ich dürfte eigentlich keinen Schaden hier kriegen. So ein Rotz. So ein Rotz. So ein Rotz. Äh, du kommst mal bitte hier kurz aus der Schutzlinie. Du kommst hier hin. So. Aber wir haben das jetzt hier über die Fassbauten gut im Griff. Das läuft ganz gut hier. Was mich jetzt mal interessiert, was ist denn hier noch? Ja, da kommt noch. Okay. Ja, ja, okay. Der kann ruhig hier bleiben, weil der blockiert hier auch wunderbar. gut. Gut, wie gesagt, ich muss ja den Kram hier nur halten. Dann, go. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kommt der wirklich da runter. Oh, dieses Stück Scheiße, ey. Das ist so ein Hundesohn, ey. Das ist so ein Hundesohn, ey. Das ist so ein Hundesohn. okay du kriegst hier verstärkungen die stücke hier drauf so wie gesagt die ziele kann ich hier halten das ist kein problem hier gebe ich munition und für das ist hier einfach ok ziehen aber jetzt bitte trotzdem das ist doch nicht wahr das ist doch jetzt einfach nicht wahr das scheiße unfair der schießt wirklich noch so das ist ein flugplatz so und jetzt geht der tanz gleich das richtig los äh ist ja hin ok das da unten ist totaler irrsinn das ist totaler irrsinn das kann ich anders da bezeichnen als irrsinn frischheit ok dann gehe ich erst da unten das zeug erobern punkt der geht eh drauf aber es hat ihn jetzt wenn es beschäftigt es hat ihn jetzt aber wenn es beschäftigt so dann würde ich sagen hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin hier hin guck dir das an das ist nicht dein ernst nur ein zu einer die kriegen das darf doch nicht wahr sein 55 was kostet mich das ja scheiß drauf was soll's dann gehen wir jetzt hier mit der initiative ok 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 und und Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, wie gesagt, die sind damit beschäftigt. Das ist in Ordnung. Das soll auch so bleiben. Das ist ja nicht dein Ernst, was hier abgeht gerade, oder? Einfach mal draufhämmern und... So, die Runde machen wir auch noch. Meine Frasse, ey, das ist ja heftig hier. Diese eine Einheit hier durchzukriegen. Na, endlich! Meine Frasse! Er bittet der Widerstand. Wofür? So, in der nächsten Runde ist er fällig. Die Luftwaffe kann ich momentan nicht abziehen, ne? Das kannst du vergessen. Bitte, 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 bitte. Ja, endlich! Ich bin nicht. 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 Oh nein, na gut es ist ein 7er, das dürfte jetzt nicht so problematisch werden. Es ist ein Aufklärer, ok. Ok, weiter dem die Munition klauen. Hier ist nichts mehr. Ja, einfach nur die Linie hier halten, Punkt. Ist das hier eigentlich ein Flugplatz? Ich weiß nicht, das hier ist ein Flugplatz, na ja, dann könnte man vielleicht hier hochfliegen. Müssen wir mal gucken, ich weiß es noch nicht, go. Oh. Tja. Holla, die Weite, wie geht das hier ab? Ja, mit einer 7er, einer drei Schaden machen, das ist schon Respekt, kann man da nur sagen Respekt. Gut Leute, ich mache hier einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann geht es weiter mit dieser Schlacht. Also wenn du denkst, du hast schon eine harte Schlacht hinter dir, kommt der nächste Puller. Ich meine, die andere Schlacht davor war übel zart. Die hier, ja, ist jetzt nicht gerade so hart, aber das harte ist hier, das hier irgendwie zu halten. Und hier gehst du wirklich auf ein Zahnfleisch. Ich hoffe, dass ich hier wirklich so einen Lastungsangriff hier bringen kann. Vielleicht hat das hier schon ein bisschen was gebracht. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann und ciao.